Hi, ich bin jetzt hier beim Dominic bzw. Motodom in seiner neuen Werkstatt. Hier machen wir den angekündigten Umbau. Ich habe ja auch euch im letzten Video gezeigt, wie mein neues Motorrad aussieht, was da schon so alles verbaut ist. Und wir haben ja geplant, dass wir hier noch ein paar Sachen ändern. Die Werkstatt ist noch im Aufbau, das heißt, hier wird noch einiges geändert. Aber damit es auch ein bisschen für die Saison langsam losgeht, fangen wir doch besser schon mal an zu filmen. Ich bin eh spät dran. Und ja, was wir in dem Video machen, ist einmal, dass wir das Fahrwerk ändern. Wir haben von Vituvo ein Fahrwerk gestellt bekommen. Und das werden wir einmal einbauen und werden es abstimmen lassen. Die ganze Abstimmung und die Gabel wird bei Steam von MG Racetag passieren. Und ja, wir werden noch so ein paar andere Sachen über die nächste Zeit ändern. Hier liegen schon mal so ein paar Sachen, die wir auch noch machen werden. Das wird unter anderem die Bremse sein. Das wird noch das Auspuffsystem sein. Da wird auch noch am Fahrwerk an der Geometrie was geändert, beziehungsweise an der Ergonomie. Das ist jetzt das neue Federbein von Vituvo, das ich ausprobieren werde diese Saison. Das ist das XXZ 3.1 Federbein. Das ist das neue und vorne kommt ja das ECH 29 Cartridge rein, plus ein Sliding Kit. Ja, und dieses Federbein werden wir mal gegen das Ölins TTX austauschen. Und ja, dann werde ich mal schauen, wie das neue Bitubo-Fahrwerk so funktioniert. Hier gibt es auch gar nicht so viele Referenzen zu, weil wie gesagt, das ist auch ganz neu erst rausgekommen. Ja, und ich werde auch hoffentlich hier noch einen Sensor einbauen, um das Ganze dann so ein bisschen per Data-Recording auszulegen, lesen. Und wahrscheinlich wird man da auch schauen können, wie das Ganze so funktioniert. Was machen wir denn jetzt hier? Wir bauen jetzt das Federbein aus und die gesamte Umlenkung. Dann machen wir die ganzen Nadellager in der Umlenkung sauber. Wir haben jetzt alle Schrauben von der Umlenkung und vom Federbein gelöst, außer die obere Aufnahme. Und ja, die Umlenkung sollte man des Öfteren mal sauber machen. Die Nadellager, das sammelt sich Dreck. Und auch wenn man gerade im Regen fährt oder sowas, wird oft das Fett da rausgespült. Dann können die einlaufen und die haben so einen Kunststoffkäfig und wenn der bricht, das ist nicht so gut. So, wir haben jetzt die Federbein ausgebaut. Das TTX von Ölens liegt jetzt hier. Die Umlenkung haben wir auch. Diesen Knochen, das der Teil der Umlenkung ist, der quasi die Federbewegung von der Schwinge über einen Wendepunkt an den Rahmen überträgt. Und dadurch haben wir ein Niederlager. Das Ganze ist bei Kawasaki so aufgebaut, dass wir hier quasi einzelne Bleche drin haben. Hier hinten das Federbein drin hängt. Andere Hersteller lösen das anders. Da ist es unterhalb der Schwinge. Kawasaki löst das, dass es in der Schwinge ist. Hier drin sind jetzt besagte Nadellager. Welche dann gerade hier bei das untere immer jedem Wasser, jedem Dreck ausgesetzt ist. Und das Lager, komm mal her, kannst du das sehen? Da drin sind Nadeln, ein sogenanntes Naderrollenlager. Und das Wasser und alles wäscht halt natürlich das Fett daraus. Hier außen ist zwar ein kleiner Simmelring, ein Radialwindichtring, Simmelring darf man ja nicht mehr sagen. Der soll das zwar abdichten, tut er aber nicht 100%. Da ist auch immer Bewegung drin. Das Ganze wird warm, dadurch, dass das permanent hin und her arbeitet. Und deswegen muss man das jetzt mal sauber machen. Jetzt machen wir die noch sauber, fetten die neu. Und dann bauen wir den ganzen Schradlradat wieder mit dem Vito-Bow-Federbein zusammen. Der Dominik hat jetzt das Federbein eingebaut und alles festgezogen mit Drehmoment. Hat das Ganze auch mit Sicherungslack markiert, damit man weiß, falls mal etwas gelöst werden sollte, dass man das auch optisch nachvollziehen kann. Ja, passt auf jeden Fall rein. Fernversteller ist auch dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Steven MG Racetech und stellen dort das Fahrwerk ein. Wir werden das Cartridge einbauen. Wir werden das Sliding-Kit einbauen. Ja, und das Ganze dann auf mich abstimmt. Nachdem wir beim Motodom das Vito-Bow-Federbein eingebaut haben, sind wir jetzt hier bei Steven MG Racetech, um einmal das Cartridge einzubauen von Vito-Bow und auch noch ein Grundsetting zu schaffen für mein Gewicht. Und ja, dementsprechend möchte ich euch mal den Steven vorstellen, beziehungsweise am besten stellst du dich ja mal vor, was du machst. Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Steven von der Firma MG Racetech. Wir haben uns auf Fahrwerksumbauten spezialisiert, machen zum Teil auch Komplettumbauten, aber da halt wirklich dann nur ganz komplett und nicht nur so ein bisschen. Heute bist du gekommen, um deine B2-Bow-Sachen einbauen zu lassen. Ja, die Idee ist ja, dass wir das mal vorstellen, wie sieht das überhaupt aus? Also auch, wie sieht das Innenleben aus? Wie kriegt das überhaupt eine Gabel drin? Bei B2-Bow-Sachen haben wir das wirklich schön vorbereitet. Wenn man das richtige Werkzeug hat, könnte das sogar jeder selber machen. Okay. Weil es vorbefüllt kommt und so. Schon gut gemacht. Wir haben jetzt das B2-Bow-Federbein doch nochmal ausgebaut und stellen nochmal so ein paar Einstellungen ein. Der Steven, der wird uns jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, was denn so alles einstellbar ist und warum man das Ganze macht. Okay, fangen wir mit den grundsätzlichen Sachen an. Einmal habe ich einen externen Versteller für die Federvorspannung. Ganz nett gemacht, wollte keine zwei Haken-Schlüsse, sondern kann halt die Federvorspannung darüber einstellen. Dann habe ich einen Versteller für die Druckstufe. Der Innenvielkant ist für den Low-Speed-Bereich. Außen dieses Wendelrad ist für den Low-Speed-Bereich. Das gleiche habe ich nochmal für die Zugstufe. Und ich kann die Länge des Federbeins anpassen. Das haben wir gerade schon gemacht. Bei uns haben wir ein Tool für, um es 2 mm genau einzustellen. Hier ist eine 100 Nm pro Millimeter Feder drauf. Das soll wie viel Deingewicht passen. 99 Kilo mit Kombi, wenn ich das so sagen darf. Ja, 2-Rohr-Technologie erkennen wir noch ganz klar. Das bei Verstellern im oberen Bereich sind. Bauart bedingt, würde das gar nicht anders gehen. Wenn ich jetzt den Versteller im unteren Bereich hätte, kann ich davon ausgehen, dass es kein 2-Rohr-Dämpfer ist, sondern immer ein 1-Rohr-Dämpfer. In dem Falle 2-Rohr-Dämpfer. Weshalb haben wir jetzt die Länge geändert? Oder warum haben wir das jetzt länger gemacht? Um das Heck von der Karazaki ein Stück höher zu kriegen, damit es ein bisschen wendiger wird für dich. Wir haben jetzt 2 mm gelenkt. In dieser Zollserie. Das sind sogar Fahrraumschwerte, die man mitkriegt. Jetzt haben wir einmal den ganzen Karton vom Bitur, die Gabel, den Umbausatz einmal rausgepackt. Wir haben alles dabei. Da ist sogar das Werkzeug bei. Da ist ein Niederöl dabei. Wir haben einen Umbausatz. Der Lenkungstemper muss ein bisschen angerufen werden, weil die Kappen ja höher sind. Das ist dabei. Anleitung. Ich habe mir das Kartisch angeschaut. Ich habe eine Seite Druckstufenseite und die auf der anderen Seite ist die Zugstufenseite. Kann ich mal kurz demonstrieren. Ich zerlege das mal kurz. Zehner Federn dabei. Also 10 Nm pro Millimeter. Oder 1 kg pro Millimeter. Ich schraube das jetzt mal ohne Feder zusammen. Einfach die Kappe wieder drauf. Und jetzt sehen wir gleich mal den Unterschied auf der Zugstufenseite. Das kommt auch vorgefüllt. Also Öl und Stickstoff ist in der Kartusche schon befüllt. Deswegen könnte es quasi jeder zu Hause nachbauen. Wenn man es zerlegt, natürlich dann nicht mehr. Da muss man den Fachhändler aufsuchen. Jetzt lasse ich mal los. Jetzt kann man sehen, wie langsam das hochkommen würde. Wir haben jetzt keine Feder da, die irgendwie gegenarbeiten würde. Jetzt drücke ich die Zugstufe wieder ganz auf. Hier ist es wieder hoch. Was man jetzt schön sieht, ist halt diese Gabel ist eh servicefällig. Schon an den Leit- und Führungsbuchsen, wie es aussieht und Zimmerringe, Staubschutzkappen. Eigentlich packe ich die nach oben und die sollte eigentlich runterfallen. Die Gabel bleibt jetzt schön stehen. Trotz der LC-Beschichtung. Jeder, der sich wundert, dass die im Schraubstock eingespannt ist, das ist richtig, wir uns in Schonenbacken drauf nehmen. Die einfach so festzumachen. Die mache ich nur Schaden an der Gabel und genau dafür, um das zu vermeiden, sollte ich Schonenbacken verwenden. Was bringt denn die DLC-Beschichtung? Höhere Gleiteigenschaften. Also wenn ich die aufschneiden würde, so ein Rohr, dann unter dem Mikroskop packe, dann würde man das so aussehen. Hier sollen sich, das soll auch genau so sein, das sind so kleinere Zacken und da soll sich halt auch das Öl so ein bisschen sammeln, hier in den Bereichen, wenn man die Arme jetzt drüber rutscht, dass sie anständig drüber gleiten kann. Und dieses, was ich jetzt blau gezeichnet habe, macht man bei der DLC-Beschichtung, ist es halt noch viel, viel feiner. Das heißt, ich habe viel mehr kleinere Öltropfen, die da dran kommen. Jetzt müssen wir das Innenrohr vom Gabelfuß trennen. Dafür müssen wir zwei Sachen beachten. Einmal müssen wir die Sicherungsschraube vorher entfernen und ich muss natürlich bei der Gabel den Stickstoff drunter lassen. Wie mache ich das Ganze? Wichtig ist, ich brauche ein Werkzeug dafür, damit ich die Gabel klemmen kann. Nicht irgendwie versuchen, hier mit dem Schraubendreher reinzubürgen, zu löchern, die sich gegenüberstehen. Meistens macht man da mehr kaputt, als das Pfeile ist, als dem man dem gut tut. Ja, was brauche ich dafür noch? Ein Brenner. Innenrohr sind in den Gabelfuß eingeklebt. Das heißt, ich muss die meistens also mit Lockteil eingeklebt. Deswegen muss ich den erstmal heiß machen. Und dann können wir hier auch schonen Backenbrenner ein bisschen aufpassen, dass ich da in dem unteren Bereich, da wo das Gewinde sitzt, dass die Gabelfuß anständig warm ist. Schreie um Gnade, das Ding, ey. Ich kann auch, dass das eingeklebt ist. Okay, jetzt kann ich kurz erklären, warum wir das Innenrohr vom Gabelfuß getrennt haben. Und drin ist das Original-Cartridge halt in so eine Hülse verschraubt, aber das andere Cartridge von B2U hat so unten Ansätze, wo ich es verschrauben kann. Also ich würde es ja sonst nirgendwo festkriegen, wenn man hier mal so guckt. Gibt es Adapter, die dabei sind und die muss ich einsetzen. Ich gucke natürlich vorher, hier hinten drin ist ein Dichtring, ob der irgendwie beschädigt ist. Hier ist auch ein Dichtring drauf, wenn man sich den anguckt. Ich habe den vorher so ein bisschen mit Öl benetzt, damit er einfach beim Einführen noch nicht defekt geht. Jetzt sitzt er unten drunter. Okay, wichtig beim Einsetzen vom Innenrohr ist, dass ich das Gewinde wieder einklebe in dem Sinne mit Schraubensicherung. Ich achte mal darauf, dass mindestens fünf Umdrehungen mit Schraubensicherungsmitteln versetzt sind. Da streiten sich ein bisschen die Geister. Ich nehme Mittel fest zum Fall, weil wir das wieder aus Land haben. Manche setzen das mit Hochfest ein, kriegt man auch aus dem Erwerber. In der Nachhinein werden wir sagen, wo willst du denn hin? Du hast ja von Bitubo auch so einen Kick gekriegt für die Leihaufeigenschaften, um die zu verbessern. Das heißt, wir nehmen die Führungsbuchse aus dem Außenrohr raus. Setzen die neue ein. Die ist ein bisschen kleiner. Also die ist nicht kleiner im Innen durch besser, sondern die wird halt bis nur in der Packung sieht man, dass es gleich groß ist. Dahinter kommt dann eine Scheibe. Dafür wird die original Scheibe weggelassen. Der originale Simmerring ist etwas dicker. Dann kommt der Simmerring drauf, die Spange davor und die Staubschutzkappe. Die zwei Sachen sind von SKF. Die waren vorher auch von SKF schon drin. Das sind auch ein Simmerring, den ich halt in jedem Rennstreckenfahrer empfehle, weil ich das Losbrechmoment der Gabel nochmal minimiere. Genau das gleiche passiert ja jetzt nochmal, indem ich dieses Leichtlaufkitter einsetze. Dann verringere ich nochmal das Losbrechmoment und die Gleiteigenschaften, damit die halt sauber leiden tun. Okay, jetzt setzen wir das Cartridge ein vom V2O. Wir fangen mit der linken Seite an. Das heißt, auf der linken Seite bauen wir die Druckstufenseite ein. Das sieht man auch ganz gut hier an dem goldenen Versteller, dass das die Druckstufenseite ist, wenn man nicht weiß, woran man das unten erkennt, weil draufsteht tut es nicht. Das liegt daran, dass hier der große Arbeitsbereich ist. Werkzeug ist wieder bei. Stärft zusammen. Hier unten habe ich Nasen dran. Ich muss halt genau reinpassen. Zack. Und dann ziehen wir das Ganze fest. Nicht übertreiben, das ist ein Anruf. Ich steige da raus. Schon haben wir das Cartridge drin. Jetzt füllen wir das Ganze noch mit Öl. Das heißt, das, was für das Außenrohr und für das Innenrohr wichtig ist, sind auch noch Gleitscheidenschaften, Feder, dass das alles auch nicht so großen Abrieb hat. Das Öl ist jetzt nur zuständig, um die Reibung zu minimieren? Oder woher ist das? Ja, um die Reibung zwischen In- und Außen zu minimieren. Ich meine, damit die Gleit- und Führungsbuchsen auch geschmiert werden. Und bei der Feder, dass ich halt keinen Abrieb, dass ich nicht so viel Abrieb habe, wie ich eh schon da ist. Weil ich habe ja ein Close Cartridge-System, das wir da verbaut haben. Das funktioniert ja linear, das funktioniert auch nicht über die Luftpolster zum Einstellen. So, beim Einstellen des Luftpolsters ist mir wichtig, auch da ist es wichtig, dass ich halt den Kolbenstang gleich runterdrücke und dann das Luftpolster einstelle. In dem Falle stellen wir 170 mm ein. Wie wäre denn die Eigenschaft, wenn man das auf ein anderes Luftpolster einstellen würde, also wenn man jetzt andere Größen nehmen würde? Der Vorteil von einem Close Cartridge ist ja, dass ich wenig Progressivität darüber habe. Ich kann es minimiert, habe ich es ja trotzdem immer noch nicht, weil ich mit dem Gas ruhe. Aber wenn ich jetzt, bei einem Open Cartridge habe ich ja oben das Luftpolster, das nutze ich ja für meine letzte Kompression, also für den unteren Drittel des Bereichs von der Gabel. Und umso geringer das Luftpolster ist, umso höher ist die Progression, das heißt eigentlich, umso härter wird sie im unteren Bereich. Also wenn wir das Luftpolster eingestellt haben, können wir die Feder einsetzen. Ich setze die mal mit der Beschriftung nach oben, dass man immer gleich mal sieht, wie man die ausbaut. Also, dass ich das gleich lesen kann, wenn ich auch mal zerlege. Das ist die Feder ein, das ist die Verlängerung ein. Da kann ich meine Kolbenstangen für rausdrehen. Hier ganz schön gemacht, braucht die Kappe nur aufsetzen. Das ist ein bisschen guter. So, auch hier gibt es wieder, das passende Werkzeug. Einmal für oben, kann man für unten. Auch die nicht über das Anreißen. So, und wenn wir das haben, ich setze immer oben noch ein bisschen Fett dran, an die Kappe, weil wir zwei unterschiedliche Materialeien haben, und dann will die sich da nicht nur noch zu stark verbinden, kommt hier oben noch Fett drauf. Dafür nutzen wir spezielles Fett, was ihr auch nicht mit dem Öl verbindet. Leicht angezogen. Da stelle ich jetzt noch Druckstufe ein, also das kann ich vorher machen, ich würde jetzt grob voreinstellen, Federvorspannung und Druckstufe. Druckstufe auf 12 Klicks, und Vorspannung messen wir eh gleich nochmal aus, also 10, 11, 12, und schon nämlich fertig. Jetzt nochmal einmal mit Bremsenreiniger ein bisschen abwischen, das Außenrohr beim Einsetzen, wenn ich mit der Klemmung bin, dass da kein Öl zwischen habe, und dann war es das schon. So, jetzt kommt das, was wir vorhin erzählt haben, wo wir gesehen haben, dass der Simmelring ein bisschen hakt, und wenn ich jetzt oben loslasse, geht er ganz nach der Runde. Gleiteigenschaft der Simmelringer und natürlich von dem Kit von Bitubo. Was wir jetzt prüfen werden, ist noch, wo ist der Block überhaupt, der Gabel, ne? Wir haben das Kartoffel eingesetzt, wir haben es schon mit Öl gefüllt, was wir jetzt machen, wir lassen die Feder raus, drehen die Kappe oben drauf, schrauben Kappe und Rohr zusammen, und jetzt sieht man ja den Indikatorring, füllen die Gabel ein, bis es nicht weiter geht, und dann sehen wir, wo der Block ist. Den kann ich jetzt mit dem Messschieber ausmessen, können wir den Aufkleber noch drauf machen, dann weiß ich, wo was ist. Grundsätzlich ist das der erste Block, wo die Gabel anfängt zu arbeiten. Man hat das vorhin vielleicht gesehen, mit dem, dass da so Kunststoffstückchen drauf sind, die könnte man noch ein Stück zusammenpressen, aber das tiefer sollte ich meine Gabel nicht versuchen zu fahren, weil dann fahre ich wirklich immer auf dem Block. Dann müssen wir das noch aus. Wir können hier sagen, der Block ist bei 11 mm. Nachdem Steven jetzt das Cartridge eingebaut hat, wir das Ganze wieder alles zusammengebaut haben, heißt, das Federbein ist drin in der richtigen Länge und das Cartridge ist in der Gabel und alles wieder eingebaut, müssen wir jetzt noch ein Grundsetting einstellen auf mein Gewicht und dafür hilft mir jetzt der Steven. Grundsätzlich ist das der Grund voreingestellt, also das haben wir schon gemacht, bevor wir es zusammengebaut haben, aber wir messen jetzt auch die negative Federwege aus. Können wir zu Hause relativ einfach nachmachen, indem wir mit dem Zeugstückchen haben, glaube ich, mehreren diversen Lehrgängen auch schon mal erklärt, wie man das machen kann und wahrscheinlich wird es wenn die Coward-Zeit wieder zulässt, auch dazu wieder leergegangen liefen, entweder mit dem Zornsteck oder so wie wir das jetzt machen mit einem elektronischen Trügel, für mich ist es einfach schneller zu machen. Und das werden wir jetzt immer tun, dafür haben wir das Motorrad komplett aufgebockt, das ist ausgefedert, setzt hinten gleich das Messwerkzeug an, dann messen wir erstmal die Nullen, also wenn es komplett ausgefedert ist, was passiert, wenn das Motorrad auf dem Fußboden steht, als statischen negativen Federweg und wie sieht es aus, wenn du draufsetzt. So allgemeine Einstellwerte findet ihr bei uns auch auf der Website, also unter Downloads gibt es so ein Formular, da kann man sich mal das angucken und das Formular ist ganz nett aufgebaut, da kann man auch gucken, was für Werte sind so allgemeine und kann man die für mich selber halt ausmessen und ausschreiben. Wenn Sie sich alle wundern, warum wir jetzt Maske tragen und vorhin nicht, da haben wir genau Abstand gehalten und wir haben einen negativen Test gemacht, aber jetzt können wir uns gleich beim Einstellen unter 1,50 Meter von daher müssen wir jetzt bei der Maske tragen. Von der Achse nach oben. Ich würde das auch genauso gut jetzt mit dem Gliedermaßstab messen. Dann muss ich es halt noch umrechnen und beim Messgerät jetzt der Vorteil das ist jetzt 0 ist halt wirklich 0. 0,50. Okay, dann setze ich mal auf. Setze ich mal fest und setze ich mal so drauf, als wenn du auf Stati fährst. Ja, ich mache. Okay, und jetzt messen wir den negativen Federweg-Dynamik mit Fahrer. Okay, kannst du die Füße runternehmen. Wenn das nicht passen sollte oder irgendwas ist, hier bei dem Federbein, was du verbaut hast, ist ja ganz angenehm, was dann die Versteller für die Vorspannung außen sitzen als hydraulischen Versteller und könnt jetzt entweder die Vorspannung rausnehmen oder rein drehen. Jetzt will wir die verändern und genau auf dich anpassen und genau das zeigen wir nicht, weil es gibt allgemeine Einstellwerte und es gibt so Personalisierte. Nicht jeder fährt so schnell wie du mal den. Oder so langsam. Oder so langsam, das kann man sehen, wie man will. Und das muss man auf sich selber so ein bisschen anpassen. Wie gesagt, auf unserer Seite findet man so allgemeine Einstellungswerte und daran, wenn man sich daran hilft, kann man erstmal nichts verkehrt machen. Okay, vorhin zeigen wir jetzt mal ein Beispiel, wie wir das mit einem Zollstock-Leader-Maßstab machen würden. Und zwar hier ganz interessant, also erstmal drücke ich unter und gucke, ob ich hier wirklich den Top-Out gegen den Top-Out habe oder ob noch irgendwie der Top-Out mit rein spielt. In dem Fall nicht, das Rad ist schwer genug, um gegen den Top-Out zu ziehen. Hier nutze ich jetzt mal den Indikator-Ring, setze den Indikator-Ring an und gucke, einen Zollstock-Unterkante von dem Indikator-Ring bis zur Oberkante vom Gabelfuß und in dem Fall notieren wir uns 13-1. Wieder den statischen negativen Federweg. Wir haben den Indikator-Ring dran, das heißt, wenn du jetzt die Füße runter nimmst, wird Indikator-Ring auf der Höhe. Ich stelle mir die Vorspannung ein. Wir haben jetzt die negativen Federwege eingestellt auf immer dieser Gewicht und jetzt gehen wir an die Druck- und Zugstufen. Zu den Druck- und Zugstufen am Denper haben wir jetzt schon was erklärt mit den Low- und High-Speed-Verstellern, wo die sitzen, was die machen und von einer Gabel, da komme ich nochmal ganz kurz drauf, haben wir auf der einen Seite Druckstufe, auf der anderen Seite Zugstufe. Hierzu erkennen an dem C für Compression und dem R für Rebound. Wichtig ist, wenn wir das jetzt einstellen, dass es auch wieder ein bisschen fahrerspezifisch ist, wenn ich die Grundeinstellungen, die ich mir in dem Dämpfer zum Beispiel angucke oder in der Gabel oder in dem Cartridge, gibt es ja eine Beschreibung, wenn ich mir sicher bin, bei der Gabel sind die auf 12 vorgesetzt. Wir stellen die hüftig individuell ein. Das gleiche machen wir beim Dämpfer auch. Und das werden wir jetzt tun. Am Ende gucken wir nur das Motorrad, wie wir es eingestellt haben, ob er nicht zu schnell raus springt, ob es ein bisschen saugend rausgeht, aber halt nicht überhopst. Und, was auch wichtig ist, dass sie homogen und gleichmäßig ein- und austaucht. Das heißt, wenn ich drücke, dass sie nicht vorne erst eintaucht und dann hinten irgendwie nachkommt und beim Ausfee dann genau das gleiche ist, nicht von irgendwie rausgeschlossen kommt und hinten erst noch nachgezogen wird. Nachdem Steven jetzt das Fahrwerk eingestellt hat, sind wir eigentlich soweit fertig mit dem Fahrwerk. Und ja, die wichtigste Frage liegt auch eigentlich noch im Raum. Und zwar, was bringt eigentlich so ein Aftermarket-Fahrwerk im Gegensatz zu einem Serienfahrwerk? Berechtig die Frage, die wir auch öfter sogar gestellt kriegen, erklärt mich das immer so, man muss sich vorstellen, Kawasaki baut halt dieses Motoba, das ist ein großer Konzern, der hinter Kawasaki nur mal dahinter steckt, baut diese ZX-10R und wird von Schober eine Gabel haben dafür. Diese Gabel, mit der im Einkauf keine 1500 Euro kosten und er noch weniger und man weiß, wie es ist, wegen so Konzernen, der das auskennt zum Nachverhandel, was kostet das? Sondern können wir nicht hier noch 2 Cent, weil belegt, wie viel Fahrzeuge gebaut werden, wenn man ja 2 Cent zum Beispiel wie viel. Das hat leider oft den Nachteil, dass es zu Fertigungs, also zum Fertigungsprozess, dass der irgendwie günstiger gemacht wird, oder welche Gleitlager oder so günstiger eingekauft werden. Und vorhin hat man ja gesehen, diese Kolbenstange, die wird halt bei so einem Aftermarket viel mit weniger Toleranzen gefertigt, die Gleitwuchsen da drin sind qualitativ hochwertiger, die Komponenten, die da drin verbaut werden, sind hochwertiger, die Toleranzen schon allein in den Schimpf sind geringer und das bringt mir eine feinfühligere Gabel, also ein sauberes Ansprechverhalten. Auch wenn mich das auf Anhieb nicht eine Sekunde schneller macht, was ja immer viele denken, jetzt stecke ich irgendwie 1000 von Euro in mein Fahrwerk und das macht mich auf Anhieb schneller. Das macht mich auf die Zeit schneller, klar, weil wenn ich ein sensibles Fahrwerk habe oder was für ein sensibel funktioniert, auch von den Einstellungen her, wenn ich dann so zwei Klicks merke, habe ich natürlich den Vorteil, ich fahre sicherer und durch dieses sicherere Fahren werde ich halt schneller. So ein Punkt, der dazu beiträgt, mich zu steigern. Ich glaube, du kannst das als semi-professioneller Rennfahrer, wenn ich es mal so sagen darf, ganz gut vorurteilen, wenn ich Sicherheit verspüre, werde ich auch schneller. Das ist das Wichtigste. Gehen wir mal zum Dämpfer hinten, das ist genau das Gleiche, also Zweibohr-Technologie, es gibt wenig Hersteller, also so, da hat es ja schon Ducati, in den S-Modellen, Aprilia, in den Factory-Modellen, Yamaha, in der M-Ware, oder so. da gibt es schon zwei Modell-Dämpfer drin, also eine Twin-Tube-Technologie, das sind wir ganz am Anfang immer ein bisschen noch reingegangen und genau das Gleiche wie mit der Gabel, Feintensibilität, Ansprechverhalten, auch in der Fertigung, in der Herstellung, Tivi teurer, ein Twin-Tube, deswegen macht es auch Sinn, sowas zu machen. Ich muss so ein bisschen Wohlspeed haben, weil ich auch so, wenn ich nicht ganz so schnell bin, braucht ihr erstmal ein guter, angeschmissen Fahrwerk, das, was wir vorhin gemacht haben, mit dem Ausmessen, das ist ja eigentlich das A und O, was jeder machen sollte, weil grundsätzlich, wenn die Motoren vom Hersteller kommen, wir haben hier 75 oder 85 Kilo ausgelegt, kommt auf den Hersteller an, wer das eingebaut hat, das herkommt und wenigstens den Fahrer von das Handlas im Kombi. Ja, und deswegen ist das der große Vorteil, den ich zum Aftermarket-Fahrwerk erstmal habe, was ich Ihnen am Anfang erklärt habe, und wie gesagt, diese Grundeinstellung ist eigentlich das A und O. Egal, ob ich auf der Straße fahre oder Rennstrecke, das muss auf mich eingestellt sein. Genau, das sehe ich auch so und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Einstellung des Fahrwerks mit das Wichtigste ist, was man erstmal am Motorrad braucht, dass das Ganze gut funktioniert und da würde ich auch euch jetzt den Steven ans Herz legen. Du hast es echt gut alles eingestellt, hast auch gut die Informationen darüber gegeben, man merkt, dass du da ein bisschen Ahnung von hast und dementsprechend kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr euer Motorrad einstellen lassen wollt oder wenn ihr generell Thema Fahrwerk da so ein bisschen Fragen habt oder noch gucken wollt, was kann man da noch rausholen, dann kontaktiert gerne Steven, die Seite werde ich verlinken und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde genau sagen, danke, dass du da warst, hat mir mega Spaß gemacht, auch wenn die Kamera nicht an, warst du ein witziger Tag. Danke. Schöne, dass du Spaß machst. Tschüss, ciao.